Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, ihr werdet euch auch schwerelos fühlen. Ab ins Bett, 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 der Kinder-Podcast. Hier ist euer Lieblings-Podcast, hier ist Ab ins Bett, ab heute mit einer ganz speziellen Woche bei Ab ins Bett, nämlich mit der Geschwister-Woche. Ja, habt ihr auch Geschwister, einen Bruder, eine Schwester oder vielleicht zwei Brüder, zwei Schwestern oder einen Bruder und eine Schwester? Ja, Geschwister zu haben kann eigentlich ganz toll sein. Ich bin Marco, ich habe auch eine Schwester, die ist fünf Jahre älter als ich. Und bei euch, wie groß ist denn der Altersunterschied? Heute in der 180. Gute-Nacht-Geschichte geht es um Toni, der ist vier Jahre alt, und um die große Schwester Maya, sie ist sechs Jahre alt. Und die Mama der beiden, die Christine, hat mir verraten, dass die beiden absolut gerne schaukeln. Ja, und so werden sie heute auch abheben. Wohin? Das hören wir uns gleich an in der Geschichte. Vorher heißt es aber, einmal bitte recken und strecken, nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an und dann plumpst ihr ins Bett hinein. Sucht euch eine ganz bequeme Position und macht euch bereit für die 180. Gute-Nacht-Geschichte. Am Montagabend, dem 22.02. Toni und Maja heben ab. Toni ist ein ganz normaler Junge und Maja ist ein ganz normales Mädchen und die beiden sind ganz normale Geschwister. Sie leben zu Hause und dort sind sie ganz schön glücklich. Ja, natürlich würden sie gerne mehr draußen sein und mehr Freunde treffen. Das ist jetzt im Moment aber schwierig. Zum Glück hat sich die Mama der beiden, Christine, was ganz Besonderes einfallen lassen. Toni und Maja machen nämlich etwas ganz besonders gerne. Sie schaukeln gerne. Und aus dem Grund hat die Mama einfach so zwei Schaukeln ins Wohnzimmer gehangen. Und auf diesen beiden Schaukeln, da können sie richtig ausgiebig schaukeln. Und das machen sie auch am liebsten den ganzen Tag. Heute am Montagabend bringt Mama sie ins Bett. Über dem Bett hat die Mama mit Klebeband Planeten gebastelt und die an der Wand übers Bett befestigt. Als Toni und Maja abends nun in ihrem Betten liegen, denken sie und träumen sie davon, wie es wohl wäre, im Weltall zu sein. Einmal in der Schwerelosigkeit abheben, rumfliegen, sein eigenes Gewicht nicht zu spüren. Und das, ja das wäre wirklich toll. Das wissen die beiden. Sie schlafen ein und träumen in der Nacht davon, wie sie in einem Raumanzug einen Weltraumspaziergang machen. Ja, draußen im Weltraum ist es auch ganz schön kalt. Deswegen ist es wichtig, einen richtig dichten, festen, warmen und schützenden Raumanzug anzuhaben. Im Traum von Toni und Maja haben das beide. Am nächsten Morgen würden sie am liebsten tatsächlich rausgehen und ganz viele Freunde besuchen. Doch Mama hat eine andere Idee. Mama sagt den beiden, dass sie doch eine Runde schaukeln sollen. Und so sitzen Maja und Toni auf ihrem Lieblingsplatz. Es ist wirklich der beste und der schönste Platz in der ganzen Wohnung. Natürlich im Wohnzimmer. Auf der eigenen Schaukel. Die eine Schaukel ist nur für Toni und die andere nur für Maja. Aber wie das unter Geschwistern ist, natürlich teilt man da auch. Und das ist auch gut so. Denn manchmal sitzt Toni auf der linken und Maja auf der rechten Schaukel. Doch jetzt ist jeder für sich. Und jeder der beiden ist in Gedanken versunken. Sowohl bei Toni als auch bei Maja kommt der Traum von gestern Nacht wieder hervor. Und als sie auf der Schaukel sitzen, nehmen sie ein wenig mehr Schwung. Schaukeln von rechts nach links. Und immer ein kleines bisschen höher. So sehr, dass es im Bauch anfängt zu kribbeln. Und das finden sie gut. Toni und Maja schließen sogar die Augen, halten sich dabei aber gut fest. Und nun können sie sich wirklich vorstellen, wie es sich anfühlt, einmal im Weltraum zu sein, die Schwerelosigkeit zu spüren. Denn auch da kribbelt es bestimmt verdammt im Bauch. Ein Gefühl, das beide richtig toll finden. Beim Schaukeln schließt Maja die Augen. Und während sie die Augen schließt, sieht sie mit geschlossenen Augen Sterne. Genauso ähnlich wie die Klebebandplaneten, die über ihrem Bett an der Wand befestigt sind. Die beiden Geschwister vergessen sogar ein bisschen, dass sie im Wohnzimmer sind und schaukeln. Sie denken tatsächlich, denn es fühlt sich so echt an, sie wären in der Schwerelosigkeit. Und sie entdecken jeden Tag neue Planeten. Sie fliegen mit einem großen Raumschiff von Planet zu Planet. Und an jedem neuen Planeten nehmen sie Gesteinsproben, inspizieren alles ganz genau und sind auf der Suche nach Leben. Nach außerirdischem Leben. Vielleicht Menschen oder andere Lebewesen, die irgendwo anders in einer fernen Galaxie leben. Ja, das zu entdecken, das wäre toll. Und das geht alles ganz gut von der Schaukel aus. Ab sofort sind das für die beiden Geschwister auch keine Schaukeln mehr, sondern Weltraumschiffe, mit denen man ferne Galaxien erkunden kann. Und das klappt ganz gut. Mama, Mama, sagt Maja ganz aufgeregt. Du musst auch einmal schaukeln. Auch du musst mal in ein fernes Universum fliegen. In eine andere Galaxie vielleicht. Die Mama, die Christine, setzt sich auch auf die Schaukel, schließt die Augen. Und tatsächlich. Was ihre Kinder ihr eben erzählten, das ist nicht nur in dem Kopf der Kinder. Es passiert tatsächlich. Auch als Christine die Augen schließt, hat sie das Gefühl, im Weltall zu sein, ferne Galaxien zu entdecken und nebenbei noch die Schwerelosigkeit zu spüren. Auch bei Christine kribbelt es im Bauch. Und so konnten Toni und Maja ab sofort immer, wenn ihnen langweilig war, auf eine große, unendliche Reise gehen. Denn das Universum ist tatsächlich unendlich. Und die Zeit auf der Schaukel, die ist für Toni und für Maja auch unendlich. Und zwar unendlich schön. Und unendlich könnte auch dieser heutige Abend sein für die beiden, für Toni und Maja. Denn sie schaukeln und schaukeln und schaukeln. Und ihrer Mama sind sie unendlich dankbar, dass sie zwei Raumschiffe direkt im Wohnzimmer aufgehangen hat. Toni und Maja wissen genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Jetzt aber ab ins Bett. Träumt was Schönes. Bis morgen. 18 Uhr. Abinsbett.net Morgen die Geschwistergeschichte von Ludo und Flora. Und die Geschichte heißt Ludo und Flora machen Urlaub. Abinsbett. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020